hi ho meine lieben rollenspiel und zwergenfreunde willkommen zurück bei dwarf fortress ja wie immer haben wir viel zu tun und viel zu wenig zeit dafür also überall wird schon schwer geschuftet bevor ich jetzt die pause ausschalte gibt es wieder was neues was ich noch machen möchte und zwar möchte ich endlich mal wohnräume einrichten dazu habe ich geplant gehabt erst einmal hier einen gang zu machen so das war gerade falsch rum kommt dann wirklich auch weg so erst mal bei der typischen türen verbindungen so wie man sie hier auch kennt die mache ich nämlich gerne so hat es hier so gesehen zwei wege wo die zwerge durchgehen können und sie nicht so sehr behindern und es ist auch ein bisschen abgesicherter so von hier aus sagen wir mal so bis hierhin kommt der gang so hier hinten am ende des ganges das über kurz überlegen da kommt eine tür und dann kommt so die schatzkammer hierhin genau und dass das ganze nicht so schrecklich aussieht ja das sieht wirklich ein bisschen abgehackt hier aus deswegen machen wir das ein bisschen anders wenn wir da einfach hier so eine schatzkammer hin montieren also da kommen werden nachher alle artefakte eingelagert das war so die idee so dann will ich hier die schatzkammer hin haben ist das ok so dann meinen sie hier durch hier können wir eine tür reinsetzen ne 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 wir rufe dich nochmal wir machen das schicker also wir machen den zugang zur schatzkammer so wie man es nein doch das ist gut eine gute Idee wir machen hier die typische Verbindung wie ich sie auch immer hier bei den anderen Sachen mache also kommen hier auch wieder vier Türen hin allerdings mache ich das hier eins breiter so und unsymmetrisch ja und stelle dann hier noch Statuen auf so haben wir einen schönen Schatzkammerzugang so, soviel zur Schatzkammer jetzt muss ich mir überlegen wie ich die Räume einrichten will zu Schatzkammer machen wenn man etwas Freiraum also eins, zwei, drei Felder Freiraum dann brauchen wir hier Räume so Privaträume nämlich so es ist die Frage wie groß mache ich die Räume zu groß brauche ich sie nämlich auch nicht machen und ja ich gebe meinen Nobels nur kleinere Räume also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ist etwas zu klein also ja, Gesamtlänge so ist okay noch eins, weiter kann ich eh nicht deswegen belassen wir es mal dabei also zwei so Tapsprünge da muss ich jetzt mal gucken elf Felder da machen wir zwölf draus ist dann auch okay dann können wir nach jeweils wie viel Feldern so und so nein, nicht ganz so und so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben acht, neun, zehn eins, zwei, drei, vier fünf, sechs eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben okay, machen wir es noch eins höher so und so genau dürften wir hier die Privaträume haben genau also jetzt erst einmal für einen Nobel weil wir ja nur ja gut, wir haben noch den Doktor aber der braucht den Chief Medical Dwarf aber der braucht jetzt noch nicht unbedingt sein eigenes Privatzimmer der muss jetzt sich gedulden und warten ah, und ich habe wieder diesen blöden Tastatur-Bug so, mal kurz raus tappen dann müsste ich ihn nicht mehr haben genau gut so, nächster Schritt sind die Privaträume auch das Wort äh, Beruf Designation sind die Privaträume hier drüben so ah, ich mache hier schon mal Luftlinien mäßig Vorplanung so dieser Gang kann nämlich so in die Länge erweitert werden hatte ich vor und hier kommt jetzt dafür der andere Gang hin so nach da unten erstmal nicht so lang so lang reicht auch und dann brauchen wir hier wieder Zugänge wie habe ich das oben gemacht das muss ich mal kurz gucken naja, genau so wie man es kennt äh 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 eins, zwei, drei Abstand vier Abstand sogar fünf Abstand äh machen wir mal kurz da die Verbindung das können wir nachher immer noch abreißen ich brauche das jetzt mal kurz als Denkbrücke so und da würde ich sagen so maximal auf der Höhe genau das passt ja auch ein bisschen von der Symmetrie her so kommen die ersten Schlafräume hin und die muss ich jetzt mal einzeichnen obwohl ich kann mir das eigentlich sparen ich kann das ja anders machen ich kann einfach sagen so hier ist ein Schlafraum Zugang und dann ist hier der Weg in den Schlafraum und damit die Zwerge genug Platz zum Laufen haben machen wir den 3 breit ist etwas übertrieben oder reicht zwei breit und hier drüben das nächste Zimmer hoch dann hier gleich das nächste Zimmer zwei breit und dann noch ein Zimmer so kommen wir damit hin ja kommen wir hey das sieht doch gut aus so können wir das immer weiter fortsetzen hier Zimmer reinzubauen ich würde sagen 20 reichen erstmal und auch nicht zu tief in die Tiefe gehen erst einmal so das sind dann schon mal acht dann brauchen wir nochmal welche so das war zu viel so das wären dann 15 10 ob es verrutscht macht ja nichts wir haben ein Korrektur Tool so und dann machen wir hier auch genau so so genau Zimmer rein gucken wir uns die Zimmer mal kurz oben an ob da etwas dagegen spricht außer dass ich sie gerade andersrum gemacht habe oder jup und ehrlich gesagt finde ich das dann auch ein bisschen hübscher wenn wir es so rum machen würden also so rum und ja das ist jetzt hier Schönheitspingeling aber trotzdem wir werden noch eine ganze Weile hoffentlich mit diesem Vorleben Staffel 2 soll ja nicht so schnell zu Ende gehen oder also also nehmen wir hier mal die Dinger raus so sehr gut dann können wir hier schon mal aufhören und hier schon mal aufhören so und hier neue Mining so es war jetzt etwas übertrieben was ich da schon vormarkiert habe in die Richtung aber dürfte okay sein so dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen ich habe übrigens ja die sind auch noch nicht fertig wir haben immer noch den Mutzwerg der keine keine Shells kriegt und wir schlachten zahme Hunde gut was machen meine die sind schon fleißig wieder beim Minern von Minern die jetzt schon wieder so ein Creature achso da drüben okay lassen wir ihnen das mal durchgehen was machen meine Docs und ja ich habe mittlerweile zwei einer trinkt und der andere ich habe übrigens auch jetzt wo sind sie die werden irgendwo wahrscheinlich hier unten sein ah da ist mein zweiter Doc ja hier ein Cloth Cloth Jungs habe ich mir auch schon mal besorgt so Betten sind genug da und weil wir ja jetzt Cloth haben also die Cloth Sachen machen können baue ich mal hier behelfsmäßig ein Cloth hier als Workshop hin damit ich wenigstens 10 Hemden und 10 Hosen in Auftrag geben kann haben wir dafür genug Cloth wenn ich mache ich nur mal 5 erstmal Cloth haben wir 50 ja weil wir 80 Picktail Fiber Cloth haben ok ok äh U M Q Shirt Cloth Shirt 10 Stück äh Q das müssten Trousers sein Cloth Trousers 10 Stück Q mal gucken was können wir noch aus Cloth 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 Dress Shirt haben wir Toga und Rope nicht unbedingt umhang Trousers Cloth umhang Trousers Cloth Mitten Cap Hood Socks Shoe Cloth Pack Cloth Pack 10 Stück Cloth Cloth Socks machen wir auch mal 10 Stück so Picktail Fiber Knopf haben wir ja genug Quang ab kommen